Die neue A-Klasse ist ein kompakter Flitzer mit den perfekten Fahrzeugmaßen, um in jeder Stadt viele Parklücken zu finden. Mit der Unterstützung des aktiven Parkassistenten inklusive Parkführung geht das Einparken praktisch von selbst, denn das System übernimmt ihr Steuer. Und so funktioniert's. Findet der aktive Parkassistent bei Geschwindigkeiten von weniger als 36 kmh eine geeignete Parklücke, zeigt er das mit einem Parksymbol im Display an. Der kleine Pfeil zeigt in Richtung der Parklücke. Blinken Sie in dieser Richtung und legen Sie den Rückwärtsgang ein. Dann aktivieren Sie den Parkassistenten mit OK. Ab jetzt betätigen Sie nur Gas und Bremse. Der Assistent lenkt. Fahren Sie langsam in die Parklücke. Der Assistent korrigiert, wenn nötig, nochmal nach. Auf Anweisung wechseln Sie die Gänge. Behalten Sie aber den Monitor im Auge, denn der Assistent bremst nicht selbstständig. So, Sie stehen perfekt in der Parklücke. Der aktive Parkassistent übernimmt mit der Funktion Ausparkassistent auch das Ausparken. Starten Sie den Motor, blinken Sie und legen Sie den Gang ein. Dann aktivieren Sie den Parkassistenten. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Fahrzeug vorher halbautomatisch in einer Längsparklücke eingeparkt wurde. So wird sichergestellt, dass das Fahrzeug parallel zur Fahrbahnbegrenzung steht. Der Rest läuft ab wie beim Einparken. Sie geben Gas und bremsen. Der Assistent lenkt. Sofort nach dem Ausparken übernehmen aber wieder Siedersteuer. Gute Fahrt! Gute Fahrt!